tach wir sind wieder in einer runde cold war mehr spiele wenn es euch gefällt abonnieren wenn nicht dann nicht und leiten nicht vergessen mehr gibt es nicht zu sagen ich hoffe ihr habt mich vermisst ich habe euch auf jeden fall vermisst und dann sehen wir uns im spiel in den runden wie der hat jetzt aber wie anus alter Ich bin so blöd. Ich hab mich einfach selbst umgebracht, geschiebt, ist nicht recht. Jetzt hab ich verzieht, weil meine Tastatur in der Nackung gestimmt. Das ist keine Ausrede, das ist keine Ausrede. So, los geht's. Ich hab gar nicht gesehen, ich musste extra, ich bin in der Kugel. Ausstieg. Wurde ich bitte, ich bin jetzt Katosch. Wurde ich habe mich in den Ausreden bekommen. und dann haben wir auch ein bisschen der cool und so aber die mobilität ist einfach echt auch geil aber wenn man jemanden hat wie mich dann kriegt man halt nichts gebacken ich jetzt noch diese führung in die ja locker Laptop! Ist dir gar nix? Was ist das? Was ist denn denn nie hier, oder? Nein! Ich war mir so sicher, dass er stirbt! Let's go! Oh mein Gott, da waren einfach zwei! Die russische Stimme passt voll dazu! Mies! Knapp! Knapp! Also einmal Doppel habe ich! Hä? Ach, es war angeheftet! Ich weiß, die 63 ist nicht die größte Waffe, aber I don't care! I don't care! Nein, 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 nein! Nein! Da sind einfach drei Stück drin! Weißt du, was das lustige ist? Das auch! Wenn man eigentlich, eigentlich voll gechillt, wenn ich hier nur Leute auf meine Scheiße würde! Und dann noch einen! Ich habe mich nicht mehr davon gechillt! Und dann noch einen! Ich hab mich nicht mehr gesehen! Ich habe nicht mehr gesehen! Und dann noch einen! Ich bin echt viel zufrieden! Ich bin echt sehr süß! Ich bin echt süß! Macht's gut und tschüss. Mies. Mies. Äh! Was ist denn mit meinem Internet los? So, hä? Ich bin so komplett angesiedelt davon, ich weiß nicht wie die sich sagen sollen. So, WTF. Oh!